Hallo Leute, heute habe ich mal wieder jemanden ganz besonderes mitgebracht und wer hätte das gedacht, heute ist es mal wieder Maggie vom Kanal XOXO Ne Hä? Maggie vom Kanal MaggieXOXO Puh! Äh, Entschuldigung, werde ich auch genannt? Ähm, genau, und das ist Julia, die unwichtige Person im Hintergrund, die uns aber während des Videos helfen wird Yay! Wir machen... Ha 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 Maggie und ich werden heute ein ganz besonderes Spiel spielen, und zwar werden wir die ersten Bilder bzw. Selfies auf Instagram von anderen YouTubern erraten müssen und wer das nicht hinkriegt, ich würde sagen wir geben dem Verlierer, der es nicht erraten hat, Stromschocks, oder? Wie jetzt, jedes Mal? Mhm Aber warte mal, dann kriege ich ja jedes Mal Schocks, weil ich werde kein einziges Bild erraten So ist das Leben ergeben Der kriegt einen richtig fetten Stromschlag als Bestrafung, also würde ich sagen, los geht's! Wuh! Wuh! Sag auch Wuh! Wuh! Bild Nummer 1 Keine Ahnung Okay, das ist... Alberto! Nein, schade Hä, das ist doch aber ein Fußballer Ja, aber das ist das erste Instagram Bild von einem YouTuber Wem könnte die Hand gehören? Ja, ich denke, was die könnte Dieser Kiechhem oder so von der Gang? Nein, das ist nicht so schwer, Leute Ich weiß es wirklich nicht Simon Desu? Ja Oh! Simon Desu stimmt! Ja! Ja! Stimmt! Simon Desu! Ich würde übrigens sagen, für die nächsten Runden machen wir einen Buzzer Da hin! Willst du mich verarschen, Maggie? Oh! Wie macht man es aus? Oh! 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 Scheiße! Meine Hand! Meine Hand! Oh! Oh! Mach aus! Mach aus! Mach aus! Oh! 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 Wie geht es aus? Das war ein Glücksfallbaum Das war richtig gepochert hier Wir machen ein Code-Wort aus Tannenbaum, müssen wir sagen, damit es aus geht Okay Keine Ahnung Woo! In Scope? Nein, das sind drei Leute Woo! Apecrime Ja! Ja? Das war so einfach! Ja, das war echt einfach Das war richtig einfach Aber das war das erste Instagram Bild Ja, vor André Crazy Shit Okay, Maggie Ich würde sagen, du kriegst jetzt einen fetten Strummschank Ich hab echt Angst jetzt davor Ist das da nicht voll gefährlich, weil du Adern bist? Nein! Okay, ich mach ganz langsam, versprochen Oh, ich hab richtig Angst Das Code-Wort musst du sagen Tannenbaum! Biep! Du? Ja! Was? Danke, dass du das sicher redest Jo! Los geht's! Oh! Oh mein Finger! Oh! Oh meine Hand! Oh! Ah! Ah! Oh! Tannenbaum! Achte mal drauf, wie sich meine Finger gleich bewegen Das nächste Bild? Ja, nächstes Bild Das wird ihr jetzt auch nicht erraten, glaube ich Huh! Taddle! Oh Mann! Ich soll erraten die eh nicht Und aus dem Hell der Hund ist das sein erstes Instagram Bild? Ja! Den Hund hab ich doch erst Und du kommst da drauf Ja, ich weiß sogar wie der heißt Der heißt Pipi Ich würde mal sagen Das gibt eine kleine Bestrafung Taddle! Ah! Taddle! Taddle! Ich bin voll das Opfer im Hintergrund, ja Du lachst die ganze Zeit nur im Hintergrund Ja, eben Okay, nächstes Bild Wer soll das denn sein? Vor allem, man sieht viel vom Gesicht und ich hab trotzdem keine Ahnung Das ist bestimmt einer von dieser Zoella-Gang, oder? Ach! Wuuu! Das heißt heute auch Aber ich weiß nicht mehr wie der aussieht Ja, so Das war der einzige Name, den ich kannte von der Gang Ja, war aber richtig Aber ich hab ja den Beep nicht gemacht Also mach mir jetzt einfach unentschieden Und niemand kriegt einen Stromschlag Nächstes Bild Okay Beepsolla? Ja! Echt jetzt? Ja! Die ist so ein Cupcake-Fanatiker Vor allem, das ist auch so schlecht bearbeitet, ne? Dein Mann Oh! Taddaau! Das ist voll eklig, ne? Oh, scheiße, ey! Ist das irgendjemand deutsches? Das ist ein Energy Drink in der Hand Wuh! Iblali? Nein, das ist junger Wuh! Das ist ein junger, oder? Neee Achso Ja, sicher ist es ein Junge Achso Ich dachte, wir sind super arsch Aber was ist das eine Narbe? Wer ist denn eine Narbe? Also, ich weiß jetzt nicht, wer ist ein YouTuber-Narbe? Du kennst Gib'n Tipp Maggie hat vorhin ein Musikvideo geguckt Wuh! Die Lochis! Und welcher? Heiko! Ja! Yes! Beep, ähm, Luna Nein Wuh! Superwoman? Wer ist das? Wuh! Bethany Motor? Ja, echt jetzt? Ja, okay, das hätte ich erkannt Yeah! Guck mal, wie das wackelt Au! Au! Scheiße! Seid ihr bereit? Ja! Okay! Keine Ahnung! Was ist das schlecht in diesem Spiel? Deep Elfie? Nee! Fitty Hollywood? Nein! Das kennt mich gar nicht! Dieser Freund von Jonas Der Asiate! Aber ist auch egal! Wuh! To beep! Was war dein Tipp? Sie meinst du dafür? Die Hollywood ist in Asiate! Hä? Soll ich sagen, woher er kommt? Ja! Tunesien, glaube ich! Wuh! Sammy Slimani? Ja! Ey, das ist Sammy Slimani? Ja! Zeig mir das richtige Bild! Was? Das ist Sammy Slimani! Du hast voll die falsche Seite weggeschritten! Ja, gell? Ja, ich hätte dich auch erkannt! Ja, das wäre ja voll langweilig gewesen! So weiß ich wieder, dass er aus Tunesien kommt! Du hast im Moment ne Pechsträne, würde ich mal sagen! Wie? Oh, oh, oh! Tandbaum! 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 Sag mir nicht, dass du es nicht erhältst, Maggie! Beep Shanti? Keine Ahnung, wer das sein soll! Ungelogen! Beep Bibi? Ja! Das ist Bibi! Hey, das ist doch ein Jungsbein! Nein! Das ist das andere, das ist Bibis Bein! Das ist Julians Bein! Ach sooo! Das weiß ich nur mal, dass es viel länger ist, als es ist! Ach, ich bin ja jetzt dran! Oh! Tandbaum! Tandbaum! Okay, nächstes jetzt! Dieb Light! Hä, was? Das ist Light! Scheiße! Das sieht man sofort! Ja, gut! Also nicht sofort gesehen, ehrlich gesagt! Da weiß ich jetzt auch noch, dass ihr das beide kennt! Dieb Dena! Toll! Das war schneller! Ich war schneller! Ich war nicht schneller! Das war gleich! Dieb war schneller als mit deinem... War schneller oder gleich? Dena hast du schneller gesagt als er! Echt? Ja, gut dann! Oh Mann, Maggie! Wieso? Nein, an die Brust darf es nicht, wegen dem Herz! Oh, oh! Sorry! Ohhhh! Oh, das brennt voll! Oh! Ah! Tandbaum! Tandbaum! Vor allem auf einen Schlag, das ist wie so ein Magnet! Sieht sich da so voll dahin! Sehr schön! Piep! Äh! Joy! Oh, was? Ne! Seh ich nicht ein! Ne! Hallo? Woher weißt du das? Das Gesicht einfach! Oh, voll unfair! Das war unfair! Alter, hätte ich nie erkannt und gelungen! Scheiße! Och, nochmal ein Stromschlag! Oh, vor allem tut mein Hals noch voll weh hier! Machen wir die anderen Seite des Hals? Ja, klar, Maggie! Mach mal noch die andere Seite, damit dir auch noch weh tut! Da unten! Oh! 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 Oh, scheiße! Wie war das gut, man? Oh! Hast du gemerkt, wie wir hochgesprochen haben? Oh! Oh! Okay, Leute! Ich glaube, wir haben genug gelitten für dieses Video! Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben! Wir würden uns sehr darüber freuen! Wir haben auch noch ein Video für Maggies Kanal aufgenommen, allerdings haben wir da vergessen, den Ton aufzunehmen! Deswegen konnte Maggie das Video leider nicht hochladen! Guckt auf jeden Fall trotzdem bei Maggie und bei Julia vorbei! Die Links findet ihr unten in der Beschreibung! Okay, tschüss! Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt! Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!